Morgens ziehe ich mir den Schlafanzug aus und ich dusche. Nach dem Duschen ziehe ich mich an. Ich ziehe mir eine Hose und ein T-Shirt an. Ich ziehe mir die Schuhe und eine Jacke an. Nach der Arbeit fahre ich nach Hause und zu Hause ziehe ich mich um. Nach dem Abendessen ziehe ich mich aus und dusche. Dann ziehe ich mir einen Schlafanzug an und gehe ins Bett. Untertitelung des ZDF für funk, 2017